hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft leben mit dem australien hallöchen in der zwischenzeit habe ich die windmühle fertig gebaut ist nicht hundertprozentig schön aber war mann gepflanzt weiß ich nicht was ich gern gestorben ja ob ich auch da keine kohle dran gut dann verkaufe ich mir hier den ganzen kram aus der kiste die das auch haben wir noch zwölf 15 so 0351 der stelle die dritte und hat in nachzusehen kann man das nicht verkaufen nr er wird dann 0331 den tausend Euro doch aber es kann verkaufen glaube es kommt müssen verkaufen bei 66 hier und ich habe 137 137 ja 80.000 du könntest belohnung abholen, du könntest voten und die umtagen hätten wir das geld das problem ist wenn wir jetzt voten dann musst du auch raus tappen das ist nicht so geil wir fangen jetzt hier unten an mal so ein bisschen den mileneingang noch mal umzubauen weil unsere kisten staunen sich langsam ziemlich voll und das ja nur so ein bisschen ganz geil und dann gucken wir jetzt mal dass wir so zum beispiel alles was bäckermäßiges ist bäcker der bäcker hat gerufen so ich brauche das das und so so da dann dann machen wir den mileneingang ich würde den mileneingang eigentlich voll gerne mit dem aufzug machen wenn es der kleinste aufzug wie ich jetzt gerade wüsste der 20x20 also also nicht 20x20 breit sondern äh 5 breit oder so und 20x nach unten 20 blöcke nach unten also da ist er da 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 du das erstmal weg hier dann dass wir den hühnern und den schafen ein bisschen langsam eng bei schafe ganz ehrlich auch nur eigentlich gerade wirklich rolle brauchen wir nicht wirklich ja fleisch ein bisschen abwechslung drinnen das ist eigentlich die gute vermarktung noch einen marktplatz ein hier so mittendrin sag ich mal jetzt mittendrin so wüsste wie viel kostet er 100.000 kostet ne stadt aber da und da wieder raus heißt selbst die einfach nach unten gehen juhu hat mal stundenlohn so du zogen wie das war sich raus kommen irgendwie nicht ganz förmlich und zwar habe ich zwei gemacht, da muss ich auch zwei machen, so, zwei machen, da runter gehen, so, da zwei, da zwei rüber, der muss da bleiben, äh, stück, dann, alles klar, was kommt da raus, drei Zombies kommen aus der Mine raus, wie läuft da aus, die Farbe lässt sich gar nicht stören dabei, man sieht schon aus, so, so, äh, eine Schaukel, eine zweite Schaukel, boah, Grundstück müssen wir eigentlich schon wieder erweitern lassen, auch wenn eine Stadt eigentlich nicht so 100% das bringt, würde ich schon sagen, dass wir uns irgendwann eine Stadt holen, ja, einfach wegen den Baumöglichkeiten dann, weil für eine Stadt kriegst du, glaube ich, ein komplett eigenes, äh, Dings da, komplett eigenes Land, also eine eigene Map, so, mein nicht, weiß ich nicht genau, denn, kann ich nicht sagen, gerade, Mann, was kannst du überhaupt, so, war ja freundlich sein hier, äh, du, so, tunfreundlich, ja, hast du im Chat gesehen, ihr habt ihm gute Nacht gesagt, dem netten Herren, Typen, der die ganze Zeit zu spät kommt, wenn ich den anfordere, und, ähm, mhm, 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 zubauen, bauen, mit Aussi, da hier ist so ein bisschen der Dorfplatz, dann kommt hier, einerseits möchte ich hier nicht stören, den Dorfplatz, einerseits möchte ich hier irgendwie so einen, ich würde ja eigentlich schon gerne so marktstände haben aber so das bleibt so der Dorfplatz bleibt zwar so aber ja immer nur um Essen alter so bin ich das gewohnt mit der Hand ich wollte ja sagen irgendwas war komisch jetzt mit der Hand so ich muss mal kurz ein paar Bäume fällen und so das ist ein bisschen lauer sterben die Pflanzier und teilweise alle reif teilweise alle und wo es ist die Gitarre er soll acht Spiele bis heute auf also vor allein natürlich in der Stunde sind zwei spieler online ja wie vor mir halb drei weiß nicht, soll ich die Bäckerei hier oben in die Nähe von der Mühle und so stellen oder soll ich die mit unten ins Dorf, unten ins Dorf, oder? ja, ja da hin, da hin da hin und hier ist noch ein Sitzengel-Trupp ok, dann kann man erstmal wieder abdampfen da, 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 da ja, du Dampfmaschine ist alles ganz reif ja, aber wenn du jetzt wirklich wartest, bis alles reif ist, ne? dann ist die nicht effizient Nein natürlich auch geil wäre, so mitten in dieser, ich wollte hier so eine Gasse anlegen, also einfach so einen einbreiten Weg und dann mittendrin geht das einfach so ein stück tiefer und da sind dann rechts und links Häuser drin. Es ist nicht geil. So. So zum Thema einbreiten Weg. Hier breit 1 ist, müssen wir nochmal üben. 18. Ja man. 18. 11. 12. 13. Wird verzählt. Ja, also zählen wir es auch nochmal leer, Fabi? Nein, das Problem ist, ich habe mich 1 zu weit nach rechts gebohrt an einer Stelle und dann... Ja. Ah. Keiner Schnauze und es passt. Hm. Ja, geht schon so. Ups. Na ja. Ähm. Jetzt müssen wir hier gucken. Jetzt so ein... Hier. Ne, das ist... Darf nicht direkt an der Straße sein, das... Ne. Ich brauche mal wieder Holz, 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 10, 2... 3... 4... 5... 2... 3... 2... 2... 3... Hier, Säule hin, zwei Säule, drei Säule, Säule. Und es ist so verschwenderisch, wenn man wirklich so Säulen baut, ne? Ich müsste jetzt erstmal ohne Säulen bauen und dann nachher dann, boah. Man ist fünf Minuten lang beschäftigt, dann ist der halbe Wald weg. Mein Stuhl, Alter. Wir haben ja noch eine ganze Farm weg, weil da ist ja fast kein Holz auf dem Feld. So. Einmal ringsherum. Kurz. So, Säulenrand. So. Äh, gut, dann kommt da jetzt so aus Birken was rein. Ich? Wenn du willst, du warst, ist es egal. Äh, ne, ich hab nur Fische. Äh, Eichen. Äh. Ich hab nur Eichenholzerbeih. Du musst Birkenholzerbeih haben, weil hier ist keins mehr. Nein. Eiche. Alter, da war noch über ins Deck. Hast du dich an der Mühle verbaut, auch? Äh, da hab ich nur mit Decks gebaut. Mit, äh, Eiche. Ich hab hier jetzt noch... Ach, da. Nee, hab mich verguckt. Mit, mit. Ähm. Hier kommt noch ein Fenster. Da ist schon ein Fenster. Da kommt noch ein Fenster rein. Hier kommt noch ein Doppelfenster. Da kommt noch ein einfaches rein. Oh, da fehlt noch eins. Wird ein Fenster zu wenig mitgenommen. Drei Fenster zu wenig. Hier kommt eins rein. Drei rein. Dann haben wir schon mal von... ...drei Beeks von dem Dingshäusern. Fertig auf. Was denn? Was ist du meinst? 讐 an da sind? Wie er alt dien. So nah. Da kommt noch eine Tür. Wie sagt er? Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü... dann kommen er hat noch ein ich bin eigentlich wieder voll Spaß haben wir mal mein Koffer Nieder zum spielen dieser Post Marko von Nieder das einigen mehr als ein Halter ist über uns aber diese Welt eigentlich was gehen wir in aber ich würde sagen dass das diese Falle in der sich Lass uns einen Like auch noch mal da, schau dich vom Ostern vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.